Sie sind hier 11. Januar 2019 11.43 Uhr von Sportinformationsdienst Lesedauer 2 Minuten vergrößern verkleinern Christian Günther absolvierte die letzten 63 Pflichtspiele über die komplette Dauerurheberrecht Getty Image Seit fast zwei Jahren hat Freiburgs Christian Günther jedes Pflichtspiel über die volle Dauer absolviert Eine unglaubliche Serie, die jetzt zu reißen droht Dauerbrenner Christian Günther vom SC Freiburg droht zum Rückrundenauftakt in der Bundesliga das Ende einer beeindruckenden Serie Der 25 Jahre alte Außenverteidiger, der die vergangenen 63 Pflichtspiele der Breisgauer über die komplette Dauer absolviert hatte, musste wegen muskulärer Probleme vorzeitig aus dem Trainingslager in Sotogrande abreisen Sein Einsatz am 19. Januar beim Pokalsieger Eintracht Frankfurt ist laut Vereinsangaben fraglich Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017